ist wieder da. Mehr als drei Wochen waren die beiden getrennt. Die Wiedersehensfreude ist riesig. Ich hab Ban so vermisst, jetzt wird sie total verwöhnt. Dass diese Japanerin ihren Hund je wiederfindet, damit hat sie kaum noch gerechnet. Denn die zwei Jahre alte Hündin war seit dem verheerenden Tsunami verschwunden. Dann das kleine Wunder. Die Küstenwache entdeckt das Tier auf dem offenen Meer, zwei Kilometer vor der japanischen Küste. Ban schwimmt auf einer Trümmerinsel. Die Rettungsaktion dauert mehrere Stunden. Die Helfer bringen sich dabei selbst in Gefahr. Keiner weiß, wie lange Ban auf dem Hausdach im Meer herumgetrieben ist. Während im Fernsehen über das Rettungswunder berichtet wird, erkennt die Besitzerin ihre Hündin Ban und meldet sich sofort. Und so gibt es wenigstens für diese zwei, inmitten der dramatischen Ereignisse in Japan, ein kleines Happy End. Für Literaturkritik im Sat.1 Frühstücksfernsehen.